Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die mit Minikarmin in der Undead Legacy Mod und ich weiß, ich wollte eigentlich nach Hause rufen, aber es sind gerade Sachen passiert, finn-technischerweise, es ist krass. Ich hab ne Axt gefunden. Das Sitte, was uns gefehlt hat zur Aufwertung unserer anderen Werkbank. Heute geht's euch, äh, ins Gesichtsschmiel. Nein, ähm, war mir wichtig, mich, äh, mitzuteilen. Genau. Das ist nicht... Jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm. Jetzt könnt ihr auch hierbleiben. Dann mach ich nochmal ne Folie hinten dranhängen. Ja, ne, halb so wild. Wie gesagt. Ja, ne, so verkehrt. Können wir das Ding auch noch... Alter, ist nicht dein Ernst, oder? Ein Winni-Bike. Und es ist fast ganz gewesen. Und da ist ein Fahrrad. Ist auch fast ganz. Ja, fast ganz ist ein bisschen überdrehen. Langsam mal, wenn ich das abbaue. Nee, dann bekomme ich die Teile nicht, ne? Geht mal davon aus, nein. Achso, das ist nicht zu reparieren. Das ist fake. Das ist fake. Dieser Zwang, sagt euch, eine schlimme Sache. Ist das ganz schlimm. Aber da könnte ein Kniff da drin sein. Es ist ein leeres Glas. Es ist, äh, ja. Das ist genau mein Humor. Die Tätik mögen. Spiel, mach so weiter. So, ich sag dir. Dir. Ah ja. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich bin eigentlich mit der Tore zufrieden. Wir haben das gekriegt, was wir haben wollten. Wir haben die Werkbank gefunden. Und alle Knorke, als Bittler, wenn es noch ein Krankenwagen ist. Ich weiß nicht. Also, irgendwie haben sie hier, muss wohl hier ein Umschlagplatz der Krankenwagen gewesen sein. Alter, was ist denn hier los? Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Und Plastik. Und ich sammle hier Plastik, Alter. Kro-Hors. Hier sind sehr, sehr viele Autos. Naja, gut. Na gut. Gut, so könnte es, sie könnte ihn dauern, bis wir nach Hause kommen. Äh. Es ist schwer, wenn man eh mal damit angefangen hat, damit aufzuhören. Ja. Sehr, sehr schwer. Das ist wie ein Kabin. Kannst du mich verarschen? Ist da der nächste Krankenwagen? Das geht so nicht. 30 Folgen später. Morde verpasst. Mehrere. Aber erst mal Inventar voll. Ach du Scheiße. Das ist ja auch Schritttempo nach Hause. Oha, ist das Schnicker. Also muss er ja mit ranken. Also wie ihr sagt, also die Mod ist schon richtig. Alter, hier ist auch noch's davon. Achso, ich wollte gerade sagen, hier kannst du auch noch's davon drinnen rausziehen. Holy moly. Eine schöne Mod. Das hier ist eine schöne Mod. Ne, ne, ne. Wir sind gleich, also, wir sind ja fast zu Hause. Gleich zu Hause, also. 2 Kilometer noch. Und dann spricht, spricht ja von gleich. Da ist ein Skorpion. Muss außen rumlaufen. Wenn ich das schon mache, kann ich ruhig looten. Ich finde immer wieder einen Grund zum Looten. Da braucht ich nicht viel. Er hat einen Motor. Ja, hab ich. 2 Stunden später, wie gesagt. Ich geb mir Mühe. Wie gesagt. Der Geist ist willig. Ein Fleisch ist schwach. Wie gesagt, Klapperzeug, den will ich ja nicht tragen, weil es nie los ist. Es ist fake, ist der. Sollen bitte. Es ist fake. Wir haben mich rein gelegt. Naja. Nie so schlimm. Halb zu wild. Was? Ach, wir. Wie bin ich denn auf 14 gekommen? Wir haben doch heute schon Horde. Scheißendreck. Jetzt aber nach Hause. Und das flinke Füße. Alter, ich mach doch. Es ist Horde. Der ist nicht da. Kabin. Oh ja. Das ist mir. Müssen sich hinten jetzt anstellen. Ja, ist doch gut. Heute ist Veranstaltung. Kannst nachher kommen. Och Mann, lass mich in Ruhe. Ja. Die sind die Hand schön anhänglich. Das muss ich ja mal sagen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab schon wieder draußen. Was denn los mit Ihnen, Hannes? Ist so nass. Brauchst du dann bloß hochloh? Mhm. Hey, hey. Warten Sie mal kurz. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Ex-Dekas, wo Sie sind dahin. Und? Berührt? Ohne mich. Wünsche hin. Ich folge dir. Nicht. Aha. Bist du in den Sackgasse gerannt? Ich kenn nicht. So. Gut. Ähm. Dann erstmal zur Werkbank. Alle Vatikabern, Holz und so investieren in Spikes. Das läuft ja von alleine. Und dann, wenn's passt. Naja, sie ist auch da im Verstand mit. Kann ich denn auch noch die Werkbank herstellen? Doing! Hat sich aber komisch grad angehört. Womit mal? Die Dormusik ist weg. Aber fast falsch abgewogen. Ich find ein Grundstück. Ich mach kurz hier raus. Hm. Gewiesen. Alle gut. Ist alles gut. Ah, siehst du? Hier ist ne Gegend, wo ich mich auskenne. Ich seh hier loot. Was ist denn hier loot? Mach zum Abschluss nochmal looter, looter. Hey, Munition. Du kommst mir aber recht. Warten sie mal. Das ist nicht die Munition. Was braucht die denn überhaupt? Haben sie da irgendwas geändert? Also 7,62. Nee. Kann die die? Moment mal. Achso. Ich wollt grad sagen, die andere ist ja auch 7,62, ne? Glaube ich. Lassen die uns in Ruhe. Kennen sie doch gar nicht. Wir sind grundirrelevant. Genau. Für das Mainer Base so gut aussehen tut noch, wa? Ja, ich krieg dich in der Zwischenzeit schon richtig hoch gewertet, wa? Die Sword von Horden sicher. Ja, werde ich doch bestimmt aushalten bis Horde 27. Warte, ich muss sie jetzt erstmal weg. Äh, das geht denn doch noch nicht weg. Warum geht das nicht weg? Weil es beschädigt ist. Das ist nicht so gut. Weil das könnten die dann auch nutzen. Und ich möchte nicht, dass die das nutzen. Jetzt muss der nutzen weg. Jetzt meine Pickelteile. Können Sie, Sie können die dauern, wa? Jo, den haben sie ganz schön gezeigt, wo der Hammer hängt. Wie gesagt, er hätte ich mir sparen können. Letzt Mal aber, gut. Ich bin nicht auf die Drogen gekommen. Die hat er in der Tasche. Aber das ist ein anderes Ding. So. Äh. Richtig hinsetzen. Knarzt, knarzt. Spikes. Spikes. Spikes? Spikes. Spikes. Wie viele? Oh, Schieder. Seile. Machen wir ein paar Seile. Und dann machen wir Spikes. Spikesst du oder Spikesst du nicht? Ich würde mal sagen, jetzt Spikesst du. So. Wo fange ich denn jetzt hier an? Einfach so, würde ich mal sagen. Einfach mal so in der Steakwelle raus. Raus die Maus. Moment mal. Der Knie soll denn auch erst mal... Fatamine. Das sind die Fatamine. Schön. Da habe ich immer noch die Grüne im Kopf. Die Ruide. Obwohl die seit ich... Die haben mir jetzt mal ganz schön... den Arsch gerettet. So. Ähm. Achso, ist fertig. Wie lange dauert denn das? Das ist ja komisches, das. Oh, ein ganzer Dreischlück. Und an was hat's hier liegen? An Äste. Na, Äste sollte doch machbar sein, oder? Ich hole jetzt mal ein paar Äste, würde ich mal sagen. Steht ganz oben auf meiner... Agenda. Das sind natürlich die einfachsten Äste. Haltes Glas. Oh. Riecht ja überall nur drum. Ein Spaten auf grün. Es war ein Spein... Äh, Spein. Ein Steinspaten. Aber... Ist nix zur Sache. Es ist ein Spaten. So, ähm. Eine Axt. Wer hat eine Axt? Pointy, pointy, pointy. Sag mal, kriegt der noch mit nem Messer mehr Äste? Nee. Nee. Nee, eindeutig nicht. Arrrtz. Ja, aber... Sag mal, kann ich das reparieren? Ich kann. Ich sag, jetzt mal Holz, Spikes und so rankarren. Und dann ist es gut. Ich muss ja auch noch das ehene Loch wieder stoppen. Ah, das ist ja willer. Noch sollen sie nicht in den Keller fallen. Neunzen Stück. Da ist noch Luft nach oben. Erstmal hier alle wegfällen hier. Da sollten schon e-Swe-Spikes rauskommen. Siehst, der Chaos-Glück hat will er zugeschlagen. Also, ich würde mal sagen, ohne diese Axt. Tietet jetzt hoch ein bisschen doof aussehen. Hey, da hinten ist noch mehr Loot. Was ist denn hier los? Naja, jubi, ich sag, ich muss mich erstmal an die Lootsäcke gewöhnen. Sie sehen eben halt jetzt anders aus. Hey, Polizei. Dankeschön. Anders gesagt, ich hab's mir aufgehoben. Für schlechte Zeiten. Also, jetzt so ungefähr. Und Moment mal. Ich habe doch gefunden. Eine grüne Schaufel, technischerweise. Gut, auch X-Fahr jetzt nicht. Aber wenn's denn mal soweit ist. Okay, es wird aufwertender Weise. Was soll ich das denn tun? Ist da unten drin. Steckt das mit. Sieht da drauf rein müssen. Hab ich natürlich auch aufgehoben. Für schlechte Zeiten. Heute sind schneller. Alle B, die kacke. Aber es gibt Grünzeug. Wie gesagt, da brauch ich auch. Die T-Tiger auch brauchen. Ist nicht dein Ernst, oder? Ich hab das weggekloppt. Warum mieten das kaputt? Hätt's auch einfach. Können wir hier durch. Aber das ist doch kacke ist, bitte. Ich fixe das. Ist doch. Das ist doch Schiebung. Also, zufällig Glück trauen sie uns nicht zu. Freuen sie nicht. Schweine die. Na gut. Hat wäre unsere Munition wahrscheinlich gewesen. Oder so. Oder in der Richtung. Naja. Naja. Muss die nicht jetzt, äh. Auch nicht. Andere Sachen. Moment mal. Könnte ich doch eigentlich schon mal hier. Die. Nee, das ist. Ach, die. Einen Pin. Oh. Die Werkbank kann ich ja gar nicht machen. Das ist mir ja nicht aufgefallen. Da brauch ich ja auch nur einen Schraubstock. Das ist mir natürlich entfallen. Muss ich nächstes Mal beim Händler gucken. Darauf hab ich ja gar nicht geachtet. Schlimmierig. Wo ich bin voll beladen war. Bin lang. Oder hatte ich sowas auch viel gesammelt gehabt? Durch Zufall? Geh mal kurz gucken. Glaube nicht, aber ich schau mal nach. Da ist doch schon Belain auf meinem Privatgrundstück. Ach gut. Ich lass mal heute in Ruhe. Aber auch bloß, weil ich keine Zeit hab. Das mit den Schraubenschlüssen hab ich komplett... Vergessen. Vergessen. Ähm. Wo ist denn der Hammer? Guck mal. Der ist jetzt so und der ist jetzt weiß. Ist doch schon die nächste Stufe, ne? Ich hätte ihn jetzt mal so behaupten. Gut, kann ich noch nicht reparieren. Geh mir Bräthor, Bräthor, die ich nicht habe. Eisendreck. Passt zusammen, wa? So, da sind meine drei Spikes. Das wird uns richtig, äh... Ich mach die erstmal aus Holz. Stinknormale Holzblöcke. So, äh... Spikes. Max. Will er drei. Naja, gut. So. So, 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 so. Wird das heute will er so ne Tour. Womit, Mike, sollte mal... Ähm... Hatte ich nicht noch... Hatte doch noch mal so ne... Ja, weggepackt, ja. Also, ich hatte noch ihn, aber... Musstet er denn zumachen, weil sonst über Ziel und so hinaus schießen und so. Man kennt's. Oh, da kann ich ja noch ne Strand machen. Das geht ja so nicht. Bretter. Konnte ich die Bretter verhersen? Wo sind sie denn? Ich hab ja auch so wenig davon. So. Ich hoffe mal nicht, dass die gebraucht worden sind für... Nee, da war ja Holz, was ich dazu brauchte, wie jetzt. Und ja, da war ja was. Ah, das stimmt. Ja, da war... Nee, Moment, aber dann kann ich das draufwerten. Äh, reparieren und so. Jaja, ich bin doch schon unterwegs. Immer den Nuggets. Wo ist ein Stein? Brauch ich zum Aufwerten? Das werde ich mal gleich machen, oder? Haben wir gleich nochmal so eins wie große Steine. Mal so, ich kann nicht schaden. Da hat Täter noch nicht schaden können. Ist zu? Wir besorgen uns jetzt großen Stein. Dann werde ich nämlich den alten Stein auf. Klingt doch nach dem Plan. Wo ist meine Picke? Yes, weekend. Na denn. Äh, das war kein großer, wa? Das war bloß normal Kleenstein hier drauf. Juh. Ja, ist doch gut. Wir haben es noch mitgekriegt. Oh, das ist heute. Ja, ist doch halt schön und gut. 18 Uhr. Ja, ist doch mal wieder typisch. Brauchst mal einen großen Schneiderskiner da. Typisch. 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 Ich gehe mal kurz hier rüber. Ein großer Stein. Irgendwann ist es so wenig großer Steine. Ich gehe gerade an überlegen. Eigentlich rein theoretisch müsste ich auch mal... Vielleicht sollte ich erstmal nochmal beim Händler vorbeischauen. Hä? Also... Ähm... Wer nicht mal einen Schraubstock hat... Könnte vielleicht so eher noch wichtiger sein. Und wahrscheinlich wird der... Schweine Kohle kosten. Richtig viele Schotter. Ja, ja. Alle, die gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Alle, die gut. Und auch mit auf ist... Oh, hier hat es aber noch Stein. Was ist denn das da? Hoffen, wie ich zurück. Wie gesagt. Ja, ist doch gut. Übertreten wir das mal nicht. Wie gesagt, ich nehme nachher die Munition da und... Ich hoffe, ich habe noch einen Zweischuss. Und dann reicht das auch. Ups, Entschuldigung. Moment mal. Das ist doch... Das ist doch... Gar nicht, das war die Beute. Hat das nicht der... Wo ist denn der Händler? Hinten schon wieder markiert. Hat das nicht der Händler? Das ist... Mit Erz. Hat er den Händler doch auch markiert? Zeig den Händler eh doch schon mal was. Kann das sein? Hm, das sind ja die Questen. Äh. Tatsache. Ich war so clever und habe den Händler gelöscht. Zum Glück. Wo der ungefähr ist. Rennen, Forrest. Rennen. Tön, 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 Tön. War 10, 20 Uhr, ne? Ach, nochmal für den Kumpel, nicht? Das sind jetzt um 20 Uhr losgeht. Das wäre so... Genau, das ist Dauer. Ungünstig. Aber für ihr wird es noch reichen. Für ihr wird es noch reichen. Also, vielleicht... Kein Entschluss. Und an dieser Nummer. Ich habe nicht so viele Kohle. Mit bei. Ja, du, ich habe keine Zeit. Mit dir groß zu quatschen. Ich muss ein Defizit ausgleichen. Was ich gerade so sehe. Was ja nicht möglich ist. Verdammt. Gut, okay. Er hat sowas auch nicht. Warte, ich habe gedacht, dass der vielleicht... ...haben könnte. Er ist so dicht dran und doch so... ...davon entfernt. Oh, Junge, lass ich dich vorhin gepikst haben. Eine Axt. Das ist nicht das, was ich haben will. Waffen will ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht. Ah, shit. Der hat das auch nicht. Der hat das nicht. Ja, damn. Verdammt. Äh. Das ist genau das, was ich mir so gedenkt habe. Gut, also. Halt mal fest. Der T-T immer noch nicht möglich ist, ...ein die Werkbank zu bauen. Es tut mir leid, aber es ist nicht möglich. So, speichern. Äh. Äh. Kiert. Muss alt sein in Ordnung haben. Geht ja so nicht. Gehen wir mal nach Hause, die Spikes hinsetzen. ...nach mal drüber stehen ...und dann suchen wir uns... ...einen Schraubstock. Na toll. Merkt ihr das so langsam? Das ist immer so... Jetzt haben wir gleich. Jetzt haben wir gleich. Jetzt haben wir gleich. Und dann so zack, bumms, ...wie in der Weggekloppt. Und zwei Folgen später. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Zack, bumms, ...wie in der Weggekloppt. Ach, Spiel. Geste, was? Nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir haben schon einen Schlimmritt hinter uns. Komm mal. 27 Schuss davon. Davon. Ja doch. Nichts wie Schuss. Das ist weiter. Ja doch. Ja. Gut, das ist jetzt... ...der dritte Horde. Ne, die zweite. Ja, das ist erst die zweite. Es ist erst die zweite Horde. Oder jode. Jode, jode. Jode. Gut. Heute wieder eine... ...sehr hohe und entspannende Horde. Geht mal davon aus. So. Oh. Das war natürlich sehr, sehr clever. Darf ich die nochmal abreißen? Äh, nehmen? Ne, das geht natürlich nicht. Immer hier sitzt. Chlor. Das geht natürlich nicht. Stammt. Ich kann nicht nochmal ein Witsch machen. Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Ah, da. Da hat die gute Holz lebt mir. Wenn ich das alle hier kriege, ich kriege ja bloß hier das Holz wieder hier. Das kriege ich ja nicht. Da will ich ja nicht. Ich gehe da draußen nicht erst einmal da zusammen klicken. Ein bisschen so klebi, klebi machen. Gut, ich könnte diese Presse... Ich kann nicht... Ich kann nicht da so zusammenzimmern, aber ich kann mir keine Äste machen. Von der Realiste. Na gut. Da ist also der Bienenstock links. Da bräuchte ich aber Blumen für den ganzen Anterschiede. Na gut. Leider haben wir das nicht. Ruhig, sorge ich erst einmal für Licht, wa? Ich hatte noch eine Fackel gehabt. Äh, da ist er. Licht ist cool. Ich mag Licht. Lass uns ein bisschen rumlichten. Oh, der wird doch mal halten, oder? Gehen wir davon aus. So, gut, dass ich die Steine mit eingesammelt habe. Genau das, was ich machen wollte. Stimmt, die Position ist ja aber ja nicht... Äh, annähernd. Aber hier. Und da auch noch, und da auch noch. Nun gut. Achso, das ist die falsche Knifte. Na ja, gut. Nein, noch nicht. Ihr seid zu früh. Sollte noch nicht so sein. Gehen sie wieder weg. Ich mich mal jetzt nicht, ja? Ich hoffe, dass das bitte halten tut, bis die jetzt ankommen. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Kann ich da auch noch Licht drin machen? Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Ich möchte die ganze Schose beleuchten. Geht gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß. Da sind sie. Also, vielleicht geht man davon aus. Gut, okay, jetzt brauche ich immer leise sein. So, na, dann kommen sie mal. Na gut, die sind ja auch meistens erst darin, ne? Da kommen wir nicht nach viel. Kann ich darin feiern? Das ist schon mal positiv. Ne, sie müssen schon... Ja, kommen sie mal her. Okay. Er sagt, wir machen die alle fachmännisch entsorgen. Bevor sie uns entsorgen. Wo ist der Plan? Plan. Na, kommen sie mal hierher. Sobald ich ein bisschen Munition sparen kann, ist es ja nicht so verkehrt. Warte mal die sparen, ne? Warte, erst mal sie nehmen hier. Wer ist vom Preis noch ein? Na ja, was machen sie da hinten? Keine Munition in Lauf. Na ja, auf Entfernung scheint die auch nie so schnorkend zu sein. Hey, warum roddeln sie sich nach unten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Loot! Down. Wo sind die anderen? Die sind noch nie da. Warum sind sie noch nicht da? Die sollten eigentlich genau... Darauf habe ich nämlich gerechnet, dass sie da durchkommen. Ne. Noch mehr Loot. Jeder wat. Jeder wat. Jeder wat totet. Ups. Nee, 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 nee. Immer schön wegslugen die Untoten. Ich hab'n Level. Ich wollt grad's... Das kann doch nie gewesen sein, oder? War bloß ein Zaunaussetzer. Der war... Nehmt halt nicht so... What? Der wehrt sich? Das kann ich ja überhaupt gedulden. Gut, wir haben da aber auch erst 10 Uhr. Fast 11 Uhr. Wo wollen sie hin? Könnten sie mir mal sagen, was das soll? Was soll das? Die wär' fast so hochgesprungen. Die Plump School. Nee, rennen sie mal in die Spikes rennen. Ja, ja, gut. Achso, den hab' ich gar nicht gesehen. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, nicht. Alter, was ist denn nicht für Munition? Luftdruck, oder wat? Ups. Äh, wo schießt ich? Hallo? Ich treff die doch. Äh, also ich sollte die treppen. Also, irgendwie... Komisch. Ihm hab' ich getroffen. Aber sie? Ach, jetzt. Ja. Schön rin. Warum liegst du noch? Das waren unsere Spikes. Könnten sie mal sofort sterben. Waren das eben. Schneller Zombie war. So, wat haben wir denn noch? Ach, neuer Schuss. Gut, jetzt geht das andere Tain gemachte, ne? Also... Meine ganze Munition. Gut. Genau. Wir haben sie schön da drin. Das ist natürlich richtig doof, dass jetzt uns da die Munition fehlt, ne? Also... ...da tätig jetzt nie so gedacht haben. Und luten kann ich hier auch nichts. Das ist doch eine Blammoch. Kommen sie rein. Hier. Schönen Spikes. Da hat es. Warum kann der dagegen rennen? Warum kriegt denn der keinen Schaden? Ich warte nochmal. Ah, ne. Die füßen jetzt noch nicht. Artikel nicht so funktionieren. Was ist mit ihr los? Genau. Hier. Schön Spikes. Mh. Lecker. Ich kann nicht so lange warten. Ich kann auch nicht hier rumsitzen und nichts tun. Wie? Was machen sie da? Oh, zwei Schuss reichen vollkommen aus mit. Ja. War eine sehr, sehr gute Investition. Unten noch da draußen. Hallo, sie. Das war ein Schuss, Sophie. Kerze. Na, sie? Ach, das war scheiße. Auf den Haufen. So kann man es auch machen. Was geil wäre, wäre, wenn die Anzeigen, wie viele Zombies noch kommen. Also, wie viele ich noch töten. Müsste. Das wäre nice. Ja, schaffst du das hier auch? Down. Was ist mit dir? Vielleicht muss ein bisschen sparsam mit meiner Munition sein. Ich weiß, das kennt man von mir nicht. Aber es tut jetzt nichts zur Sache. Hey, die haben sich da schon durchgebuddelt. Da haben sie sich schon durch. Ihr Wurstelt. Alter, voll die Rübe weg. Also, die Spies, die sind on point. Also. Wird die los? Schön mit dem Kopf drin, den Spikes. Ja. Ja. Das bringt irgendwie nichts. So, es ist, äh... Was? Zapfen, Streich? Ups. Kommt gleich die nächste an. Was? Vielleicht die letzten mit dem... Ja, das war's, die Wiesen. Das war's. Das war's. Noch nicht ganz. Ich hab ja noch die Pfeile. Und den Rest... Starb technischerweise. Obwohl... Eh, auch nicht. Hab gedacht, der rennt jetzt rin. In den... Letzten Spikes. Aber irgendwie... Nicht so... Wirklich. Ist immer noch nicht? Der Kami wartet, bis es vorbei ist. Er hat sich hier nix verirrt oder so. Ist hier nicht vielleicht noch ein bisschen Munition drin? Sieht es nicht möglich sein? Muss es doch ausprobieren. Ist noch ein Schuss drin. Na denn. Ups. Hier. Hier ist null. Schade. Na denn. Mach ich mal auf. Vielleicht haben sie ja... Äh... Die Lust, hier hochzukommen. Oder ich komm runter. Der nächste, bitte. Äh, haut ja fast hin. Äh, ich bin da auch doof. Warum nämlich nicht die Bade? Oh, oh. Das war so nicht geplant. Das ist sehr, sehr nice. Aber so ist das nicht geplant. Ups, nee. Dabei müssen zu früh. Ach, du Scheiße. Kommen sie. Warum brechen die bis da nie runter? Also, ich kann zwei Kilometer mit picken oder so, aber... Lange dauert denn das noch? Hallo, sie. Hi, 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 hi. Kann das sein, dass sie nie hochkommen? Also, nicht wirklich? Ich hab' keine Ausdauer. Wie viel hält denn der aus? Hat er mir aber... Hat er mir schon wieder inneren Geschwung. Der Penner. Es tut mir leid. Es ist jetzt nicht das Spannste, aber... Geht's ums Überleben. Also, es geht generell ums Überleben. Wenn ich wüsste, dass das die Letzten sind, dann werdet... Nicht das Problem. Nee, ich runter und mach die... Achso. Und mach die so weg. Aber ich bin immer nie so... So sicher, wisst ihr. Ist das jetzt da? Wie? Ich glaube, der ist tot. Ey, Hauptsache, ich überlebe. So, wo? Wille ist es nicht mehr, wa? Keine Panik. Wenn einer Panik machen tut, bin ich es. Aha. Hoch. Lassen Sie mich hoch! 1, 2, 3... Ist nicht... Gut, hier. Schafft es schon. Weck die Munition. Wo sind sie denn? Sie sind unten im Keller, wa? War noch nicht alles. Wo denn? Da drin, oder wat? Da in den Gebäude drin. Die mach ich doch weg. Tatsache, die ist hier drin. Na, dann kommen sie mal. Den haben wir auch. Ich glaube, wir haben die Horde geschafft. Zwar nicht so, wie es sein sollte, aber... Wir haben sie geschafft. Schlauze. Und das mit zu wenig Munition. Gut, also... Merken... Wir dürfen die nächste Horde nicht verpassen. Wäre sowas von doof. Ist jetzt warum ich da hochkomme. Muss Stuff loswerden. Bin einfach überladen. Deswegen konnte ich nicht so hoch springen. Das macht Sinn. Mal kurz die Fork aus. Immer noch. Bin immer noch überladen. Jetzt. Müsse jetzt funktionieren. Also. Wir müssen unbedingt... Schauen... Dass ich mir... Ne Schraubenschlüssel baue. Ne Schraubenschlüssel. Wo ist denn der? Oh, hier ist Nahrung. Den kann ich so bauen, wa? Ach, da sind diese... Teile, die ich brauche. Dass ich mir so ein Fahrrad zusammen schußern kann. Was teilt mir? 200. Und das mache ich später. Sehr, sehr viel später. Gut, okay. Bin ja froh, dass es so funktioniert hat. Aber wir brauchen die nächsten Munition. Das heißt, wir brauchen wirklich die Werkbank. Weil sonst geht es hier nicht weiter. Und die kann ich nicht bauen. Obst, ob... Äh, da ist er doch. Da brauche ich bloß Eisenbahnen. Tja, und wo stelle ich das Ding denn? Äh, da. Ach, ich brauche 10 Stück. Ich hab noch nicht mal Annäher an 10 Stück. Und die... Ich brauch doch die Werkbank, um das herzustellen. Da bin ich mir zu 1% sicher. Kriegt doch sonst nichts. Nicht wahr? Was ist denn mit der Handwerkstation? Habe ich auch noch nie das Rezept. Ich dachte, das ist alles Mucht. Gut. Ähm. Ich hoffe, da hat euch Spaß gemacht. Ich werde jetzt hier erstmal versuchen, den Stuff, den ich unten drinnen zu liegen habe, äh, darin zu schmeißen. Ja, dann müssen wir ihn im Teil ziehen. Wir machen ganz normal weiter. Wir machen jetzt die Questen. Irgendwann werde ich schon auf das Ding stoßen. Das ist bloß eine Frage der Zeit. Und wie es ist, wenn ich was hab, ist die Zeit. Ich mach mir die Zeit. Na gut, Leute. Ich bin dann erstmal raus. Tschö.